Hallo und herzlich willkommen in Haus im Enzfall. Ich habe heute ein paar Leute von Eurosport zu Gast, die mich so ein bisschen begleiten und mich einfach so ein bisschen vorstellen und alles über mich dokumentieren. Und ich zeige jetzt euch und euch, wie wir so wohnen, wie unser Hotelzimmer hier aussieht. Ein sehr schönes Hotel, ein bisschen rustikal eingerichtet mit viel Holz. Das hier ist das Badezimmer. Sehr schön, die Dusche. Also, kann man sich nicht beschweren. Ich teile, wie immer, auf Abfahrten mein Zimmer mit der Gina. In dem Bett schlafen wir hier. Gina ist gerade nicht da. Hier, schöner Fernseher in Holz eingelassen. Das ist mein Kleiderschrank. Natürlich alles schön ordentlich. Sehr klar, Gina ihre Sachen. Alles packe ich dann doch nicht aus, weil ich ja immer nur ein paar Tage irgendwo bin. Deswegen habe ich auch noch einige Sachen in meiner Tasche. Das hier sind meine Skisachen, mein Helm. Alles schon bereit gelegt für morgen. Das Buch, das ich gerade lese. Der Strand. Kann man jetzt gerade nicht erkennen. Der Strand, genau. Sehr gutes Buch, sehr zu empfehlen. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und ich habe euch ein bisschen interessant gezeigt, wie unser Tätsel nur so aussieht. Sieht mir auch nicht alle Tage, oder? Ha, ha.